Oh, hast du meinen Schirm? Danke dir. Und sonst nehme ich das Taschenduch, was ich... Hier ist Freiheit. Danke dir, danke dir. Ah, guck mal, jetzt siehst du da hinten, da drüben, das Sonntag. Und da ist eine Leuchtturm. Aber dann sagt jemand, meine Jürgen ist da. Und dann ist die Kunde, meine Kunde, meine Kunde, meine Kunde. Und dann nehme ich meine Arschendung. Und dann nehme ich an den Zug. Und siehst du, dass du immer mal die Tasche in die Karte hast. Und dann reine, alle mal die Tasche. Ach, du denkst du? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da hinten hängt ein Windspiel. Oh! Heard, get stung by a bee. Heard, yeah. Do you remember Henry's frame? No, not really. This is where Henry fell in love? I think, yeah, this is where Henry fell in love. The vineyards would have been going up in this. I think this would have had winds at the time that we've lived in. Ja, da ist die Linie in der Mitte. Wir haben es in der Mitte gesehen. Wir haben es in der Mitte gesehen. Ja. Wir haben es in der Mitte gesehen. Oder in der Mitte. Vielleicht ist es ein bisschen anders. Wir müssen uns auf die Episodes sehen. Diese Woche werden wir dann nicht beklären. Vielen Dank. Wir sind jetzt am Weingut von Vishott angelangt und leider gibt es an dieser Stelle nicht viel zu sehen. Der Grund liegt einfach daran, dass die Besitzer momentan nicht da sind. Wir wollten eigentlich rein, aber wir hatten die Befürchtung, dass eventuell jemand die Polizei ruft, da einige Autos doch vorbeigefahren sind und wir wollten einfach nicht so unverschämt sein und auch nicht das Risiko eingehen und in irgendeiner Form erwischt werden. Wir haben darüber gesprochen, aus welcher Richtung denn die Kamera und so weiter kam. Also wir haben herausgefunden, dass die Kamera auf jeden Fall hinter dem Weingut stand, also hinter dem Gebäude selber. Über das Gebäude gefilmt hat und den Hang hinauf, wie man bekannterweise kennt, die Szene, wo die Dreibeiner von links nach rechts laufen, sowie auch die Szene, wo sie die Weintraum einsammeln, wurde auf der Seite gedreht. Der Hof ist hinlänglich bekannt, wo das Essen stattfand und wo auch Daniel aufgetaucht ist. Und das war es im Großen und Ganzen schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020